Achtung, Achtung! Jetzt wirds wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder GTA 5 Kassmaps zusammen mit dem Hero. Hört meine Hupe! Und wieder eine Level Asian am Start. Mal gespannt. Die letzte Map in der Liste. Ja, letzte Map in der Liste. Diese hier haben direkt wieder alle rammen wollen, die Lappen. Ey! Ja, come on! Nein! Ja! Ey, kann man da noch anders fahren? Keine Ahnung, ich bin hier möglichst weit drüben. Jetzt lauf ich den Rest. Wie, du läufst den Rest? Ja, ist zu Fußparcours! Ach so! Du Spacken, Alter! Ich dachte... Oh, diese ganz dünnen Scheißdinger. Kennst die noch? Ach, du bist da mit dem Motorrad hingekulst. Jaja, da unten. Was? Hä? Ey, ich komm hier gar nicht weiter! Ach doch, hier, da kann ich reinjumpen. Nein, er ist nicht reingesprungen! Nicht? Wie bist du mit dem Motorrad so weit gekommen? Einfach rübergeschämmt. Direkt von dieser Plattform hier? Von diesem... Oh, der wär fast falsch abgeräumt. Von diesem Dingsgedöns. Da, wo du auch standest und dann runtergefallen bist. Ja, keine Chance, da liegen zu viele Motorräder. Na ja, 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 Freunde, ein Oldschool zu Fußparcours. Dann lass das auch mal wieder, ne? Oh nein, was mach ich da? Egal, was denn? Hast du das gesehen? Nein. Ok. Ich bin selber gerade rupt durch die Gegend geflogen, so richtig krank. Was, den nächsten Punkt nochmal? Hier sind... Die blocken hier und keine Ahnung was. Mimimi. Jetzt bin ich genau neben deinem Motorrad! Boah, ich hab fast runtergefallen! Ja, wo meins lag? Ja, ich bin genau da hingeflogen. Nein! Runtergefallen! Oh, das gibt's doch nicht. Du hast den nächsten Punkt, oder? Ja, den habe ich schon lange. Kann man hier rüberspringen, meinst du? Ich habe zu wenig Energie. Kann ich was essen? Ach, du hast den Punkt hier auch jetzt? Nein, kann ich nicht. Aber guck mal, wo ich stehe. Guck mal, hier stehe ich. Meinst du, ich kann hier rüberspringen? Alter, hör auf. Nein, kannst du nicht. Jetzt bin ich angeblich schuld an deinem Tod. Natürlich bist du schuld. Hätte ich das bisschen mehr Energie gehabt, hätte ich übergegeben. Ja, ja, jetzt kommen die Ausreden, weißt du? Ist aber echt so. Ey, fuck. Aber so tief war es nicht. Ich glaube, wenn man volle Energie hat, kann man da ruhig jumpen. Ich habe aber da jetzt auch Anärkungsminen hinproziert. Ach, dein Ernst? Sicher, sicher. Ich kann von hier noch schön mit dem Raketenmeer ver-facken, wenn du so weiter machst. Wer weiß, ob da welche liegen, ne? Das ist ja... Man muss meinen Worten ja nicht immer direkt Glauben schenken, da ich meine. Habe ich aber. Habe ich aber. Deswegen schieße ich dich jetzt ab. Oh, der zieht ja auch schon mal die Knarre, Alter. Echt? Warum? Also... Na, oh. Gerade so oben. Ich laufe auch mit der Knarre rum, einfach um zu zielen, aber... Nein! Fast wäre ich wieder drüben gewesen. Eieiei, da liegt er tot in den Shorts. Ach, wir sind nur noch zu dritt, ne? Ne, ne, doch nicht. Neu, gerade respawnt. Ja, wie nass ist das Element hier gemacht? Nein, bleib dort drauf, du Lappen. Ich spaw doch die ganze Zeit so richtig scheiße, ne? Hä, was explodiert da? Ey, jetzt schmeiß ich mich von meinem Motorrad runter. Wer? Spuri. Nein. Was ballerst du da rum, Mann? Keine Ahnung, was ich hier rum bin. Baller ich rum? Hä? Wo muss man dann? Ich hab fast volle Energie. Ich versuch's einfach. Komm schon. Nein, ich bin echt gestorben, Mann. Also schafft man nicht, meinst du? Nein, schafft man nicht. Also mir fehlte ganz wenig Energie, nur weiter. Wer ballert, ne? Mega, fucken. Keine Ahnung. Ich glaube, auf dich schießt irgendwen. Echt? Ja. Krass, hab ich nicht gemerkt. Vielleicht, weil ich auf andere geschossen hab. Wo bist denn du hier, Mann? Ja, immer noch am ersten Punkt hier, Mann. Immer noch? Kann man hier nicht Anschwung holen und direkt rüberjumpen? Jump doch einfach die fucking Dinger da runter. Das ist voll easy. Ja, mach ich jetzt auch. Ich bin grad vom Start aus, vom Dach, bis zu dem Punkt, ein Jump, wo dein Motorrad lacht. Ich weiß halt gerade gar nicht, wo lange ich muss. Also kein Plan, was ich hier machen muss. Er ist mit dem Motorrad ganz rüber gejumpft. Ich komm hier gar nicht richtig hoch. Ey, wieso springt ein Affe nicht? Er macht's echt mit dem Motorrad, will das mal. Ey, jetzt springt er hier schon wieder runter. Fuck. Egal, ich versuch's jetzt wie Spuri. Oh, da lang! No, ey, okay, jetzt weiß ich wo dann. Wieso wie Spuri? Wer hat's in einem durchgeschafft? Da ist ein. Das ist echt machbar. Vom ersten Dach aus direkt aufs nächste Jump. Nein, dieser scheiß Bus war im Weg. Ach, was mach ich da? Jetzt will ich halt wieder schnell, schnell, weil da ist ein langsam im Anmarsch. Was heißt das? Ach, Junge. Mach's halt vernünftig. Das ist kein Thema. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Der springt bei mir nicht, bei diesem Kack-Ding, ey. Zu weit. Versuch oben auf die Stangen zu kommen, dann mit wiegen. Gehört. Was ich, oder was? Ja, keine Ahnung, wer sonst. Boah, ich bin drüben. Echt? Ja. Wer ist das jetzt gemacht? Ein Motorrad. Hex am Start. Nein. Hast du, ich schreib mir gerade. Hier schafft es nicht. Fresh nimmt gerade mit Hero GTA. Und wo schafft, wer weiß es nicht. Keine Ahnung, was ihr da nicht schafft. Das ist ja eigentlich noch easy. Achso, ich dachte, ihr seid alle hier. Nee, ich bin schon. Du bist ganz chillig drübergeklettert, oder was? Ja, ja. Ey, hör auf zu schießen, Penner. Ich will schon ein bisschen nervöser sein. Ey. Das war dein sein. Ich hab damit nichts zu tun. Ja, ja, alles klar. Weißt du, als wenn das nicht schwer genug ist, weißt du, ihr müsst alle noch rumfucken, Alter. Ist nicht schwer genug. Man muss es immer ein bisschen härter machen. Wie kommt man da rüber, Mann? Okay, so. Hehehe. Wer ist da noch runtergefallen? Keine Ahnung. Er macht die Rolle, Alter. Fast unterm Rohr rumgerollt. Hi, Fresh. Ey, komm mal und lass es, bitte. Ich muss da landen. Da ist der nächste Punkt. Ja, da macht Platz. Jetzt geh, Alter. Jetzt geh doch. Ich trau mich nicht so wirklich. Ich mach nichts. Ich mach wirklich nichts. Nee, ich bin mir da nicht so sicher. Zur Sicherheit sollte ich dir lieber eine geben, glaube ich. Lass es, Alter. Oder ich hab keinen Bock, dass es nochmal zu machen. Wer schießt zuerst? Wer traut sich? Pass dir auf. Auge im Auge, Zahn um Zahn, sagt man das Schöne, ne? Nein! Ich musste da gar nicht lang. Nein, runtergefallen. Da ist der Punkt direkt, oder? Da, wo ich war, war der Punkt. Hast du ihn direkt gekriegt eigentlich? Hast du ihn nicht gekriegt? Nein, ich hab ihn nicht gekriegt. Natürlich nicht. Muss ich schon erst noch mal machen. Warum, Junge? Weil da stand so ein hässlicher Vogel im Weg. Ich weiß auch nicht. Wie so eine Vogelscheuche. Wenn du hättest du gesagt haben, ihr bitte aus dem Weg, ich zahl dir einen Burger dafür. Dann hätte ich direkt gesagt, okay. Jetzt fall ich hier die ganze Zeit runter, weißt du? Und irgendwer hat es noch. Junge, was machst du denn? Ich fall gerade dort die ganze Zeit. Ja, ich fall runter. Wie das aussah. Ey. Jetzt komme ich wieder nicht klar, weißt du, weil du Stress gemacht hast. Ey. Dein Ernst? Ich wollte mich umdrehen und ballern und dann fällt der direkt runter. Herrlich. Wie soll man das schaffen hier? Das ist unmöglich. Als ob. Wenn ich nur mal bis da käme. Ja, jetzt kommen die Ausreden. Oh, hier ist gerade jemand. Das würde mich richtig abfacken, wenn ich jetzt vom Fresh noch geholt habe. Ey, dieser... Oh, er ist runtergefallen. Hat er den Punkt? Er hat den Punkt nicht. Ich habe nichts gemacht. Er ist einfach so runtergefallen. Nichts gemacht, deswegen ballert er auch auf dich, ne? Ohne witzig, ich habe nichts gemacht. Ich kam nur von oben. Warum läuft der immer? Oh, ich drücke immer noch was. Ich bin hier heute. Oh, jetzt noch einmal da rüberkommen, ey. Ey, ich spiele nicht. Nein, musst du nicht unbedingt schaffen. Was losheben? Wo hapert's denn? Dann kann ich dir vielleicht helfen. Fuck you. Nee, ernsthaft, wo hapert's? Nirgendwo hapert's. Nee, sag mal. Beim Gelben, oder was? Was für Gelb? Bei diesem Container hier. Wo ich gerade drauf schieße. Ey. Okay, da hapert's scheinbar nicht. Ich gucke jetzt mal, wo es bei dir hapert. Leute, er springt direkt auf den Gelben. Boah, das ist aber auch eine gute Idee eigentlich. Eigentlich ist sie groß genug. Ja, eigentlich schon. Ich komme jetzt hier nicht mehr rüber irgendwie gerade. Warte mal, ich gucke mal. Einfach springen. Ich wollte deine Leiche noch töten. Was soll ich denn meine Leiche noch töten? Hallo, ich bin noch nicht aufgeklatscht. Ich war da am Leben. Ich fall gerade immer runter. Nicht nur du. Ich hab das glaube ich auch so gemacht. Nee, gar nicht. Nee, nee, ich hab's nochmal gemacht. Er stehst du wieder drauf? Er jumpt einfach rüber, man. So, er jumpt da rüber? Da bin ich rüber gelaufen. Also halt am Rand. Ach, da ist er rüber gesprungen. Er hat so. Ja, ja. Er spawnt nicht mal Jets. Ja, mit gar keinem Fahrzeug, also Fahrzeug aus ist Fahrzeug aus, ne? Naja. Oh man, ey. Oh, ihr seid beide hier. Ich komme kurz. Verpiss dich. Ich muss hier runter. Er springt schon wieder nicht da hoch. Oh, wie kommt man denn da hoch? Nein. Und ich habe diesen. Da ist ein Hartzett. Fuck Container hoch. Welchen Container? Ja. Von diesem Rohr. Von dem Rohr halt auf das Ding. Auf diese Box da, die komische. Jetzt ballert ihr euch da oben ab, oder was? Er hat mich abgeballert. Ich hab nichts gemacht. Wie hat er es da rüber geschafft? Yo. Ich hätte es geschafft, wenn das Motorrad nicht geblockt hätte. Erst einmal hier. Nein, runtergefallen. Ich habe es gerade noch gesehen, Mann. Keine Ahnung, wie der da rübergejumpt ist. Ist ja krank. Wo bist denn du gerade? Ja, immer noch hier. Wo sonst? Hä, aber hier ist doch noch ein zweiter gerade gewesen. Ja, ich bin eben hier runtergefallen. Ach so, okay. Ich weiß auch nicht, wie man da drauf zum Stehen kommen soll. Warum macht der jetzt so? Ach, komm ich hier nochmal hoch. Ja, aber von hier kann man prima Hero abknallen. Ach, come on. Ja, herrlich. Du weißt schon, wann ich dich mal abknalle, wenn wir weiterbüsten. Ja, ja. Weil er hat hier schon einen mit der Gatling wieder rum. Aber er will nur hier irgendwie das Rohr richtig legen für ihn. Dass er da rüberjumpen kann, derin. Aber schafft er nicht. So, ich hätte es fast geschafft. Ey, wie der immer. Der hört halt nicht auf zu sprinten, so behindert. Was macht ihr da? Ich mache hier gar nichts. Oh, was mache ich da? Ich mache hier gar nichts. Was mache ich da? Komm, jetzt einmal noch da drauf springen, ey. Er springt schon wieder runter. Wo ist denn dein Problem hier? Du bist mein Problem. Ich? Ja. Was bin ich denn gerade am warten? Du bist halt da. Du bist halt... Du existierst. Gratis Burger ist kacke. Will ich nicht. Sag es doch einfach. Ja, jetzt... Entschuldigung. Was ist jetzt hier noch explodiert? Spuri ballert mich ab. Echt? Ich habe nichts damit zu tun. Wie kann man einem nur so auf den Sack gehen, Alter? Wolltest du Spuri vorhin nicht? Eh war der Map davor, eigentlich? Ja, der war so langsam. Da ging gar nichts. Oh, da ist er rausgegangen. Du mal Penner. Also Spuri ballert dich jetzt nicht mehr ab, aber... Junge! Versuch doch, die scheiß Map zu beenden, Alter. Hängt er die ganze Zeit da oben und kippt auf den Sack gehen. Leute, was ballerst du dir auf? Was denn? Hä? Weißt du das nicht mit Raketenwerken? Nein. Jetzt mal ernsthaft? Doch. Ja. Oh! Ey. Er rennt halt immer noch diese... 20 Zentimeter weiter. Ich hab zwei von 21. Oh, Mann. Wie viele Punkte sind es noch? Alter! Wie viele? Ich hab zwei von 21. Ich hab drei. Ist das zum Kotzen? Oh! Ich hab vier. Ernsthaft? Ja. Ich backe fest. Ach, fuck. Ich hab fünf. Dann beenden sie diese Map. Ich hab sechs. Ich hab sieben. Hab ich so viel Straße unterwegs oder was? Ich warte kurz jetzt nicht mehr. Acht. Kommt man hier auch irgendwie wieder raus? Neun? Er schreibt Cheater. Ey, wieso? Nein, was mach ich hier? Er hat halt da die ganze Zeit so ein Element zur Seite geschoben, damit man da lang springen kann. Und ich hab dann halt das Element genommen. Äh, wie viel hab ich jetzt? Zehn? Leu, er hat auch gescheatet. Ey, was ist los bei euch? Elf? Zwölf. Ich kann gut zählen, ne? Ja. Weil ich studiere Mathe, du studierst Bitches. Ah, ne, das ging andersrum, ne? Verdammt. Also meine Freunde, Hero ist der Map einfach nicht gewachsen. Ja. Trotzdem Listen-Gleichstand, oder? Ja, noch bin ich nicht im Ziel. Hoffentlich zieht der dich ab, oder? Ich muss ja auch als Erster abschließen. Erstmal paar Annäherungsmini hier hin, ne? Ach, du bist so ein Penner, man. So direkt vorm Punkt und so, weißt du? Ey, wie ich einfach nicht hier auch rüberkomme. Und hier? Oh, Mann. Was ist los, Hero? Nix, nix. Schaffst du es nicht? Natürlich. Mach richtig Spaß gerade so. Mach richtig Spaß hier gerade. Wie kommt man hier hoch? Neu, hier. Okay, hier muss man mal wieder zu Fuß. Was? Warum fällt er da runter? Genau das denke ich mir auch seit 20 Minuten. Du hast in einem Punkt ja noch gar nicht. Weißt du, die einfache Kacke dann? Ne, weißt du, ich bin ja auch nur dreimal rübergekommen und zweimal wurde ich abgefuckt. Von wer? Weiß nicht, von so einem Typen mit lilanem Anzug oder sowas. Wer macht denn so, Alter? Ernsthaft? Was denn? Ich werde sowas von verkünden. Hier sind so Elektro-Teile. Ja, bin tot. Wahrscheinlich. Oh, easy, die Elektro-Dinger. Jetzt bin ich wieder auf diesem fucking Container. Jetzt gleich komme ich da wieder nicht vorbei. Aber irgendwann auf dieses Rohr komme ich noch drauf. Und dann komme ich nicht darüber. Was? Ich habe ihn nicht bekommen? Ich war doch quasi oben. Gibt's doch nicht. Alter, er ist rübergesprungen. Besser das. Und jetzt muss ich hier hoch, oder was? Naja. Oh, endlich, Mann. So, und wo ist jetzt hier Cheaterei gewesen? Keine Ahnung. Guck halt, wo der Punkt ist und wo vielleicht irgendwas davor steht, dass man da vielleicht mit dem Motorrad rüber springen könnte. Achso. Ja. Ach, das Ding habt ihr in Position gebracht. Ernsthaft? Ich nicht. Ich hatte damit nichts zu tun. Aber hier stehen doch eh so Kisten. Die kann man bestimmt schon nehmen, oder? Ja, die Kiste haben wir in Position gebracht. Achso. Okay, habe ich. Easy. Leute sagen zu mir, Crowder's Genie, denn er flaut wieder. Mal sagen die Leute, was zu dir, ja? Ja, krass, ne? Was die mir so erzählen, ne? Oh, hier kommen wir hoch, oder? Hey, wo kommt man denn hier hoch? Ich bin hier in so einem Kellerloch gefangen, ey. Wie bei Hiro zu Hause. Ich habe einen Keller unten noch, ja. Hat lange gebraucht. Hat lange gebraucht. Ja, ja, ja. So, nächsten Punkt sollten wir dann jetzt auch haben. Wie viele sind da noch? Oh, 19 von 21, Hiro. Ja. Glaub mal, ich bin froh, wenn die Scheiß mehr vorbei ist. Ja, bestem Erwerbung. Ja, ja. Wo fährst du denn noch? Irgendwo da hinten, ey. Ich? Ich fahre nirgendwo. Warum? Ja, er wollte mich nochmal abknallen. Ernsthaft? Warum nicht? Warum? Ui, 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 meine Freunde. Juhu. Juhu. He, he, he. Ei, ei, ei. Ach, du wolltest mich abknallen? Ja. Wo bist denn du schon? Wieso bist du schon auf der Baustelle? Ja. Habe ich den einen Punkt geschafft und der Rest war ja easy. Gecheatet, ja. Was für gecheatet? Lauf doch einfach noch. Ich darf das nicht abgehört. Aber der Typ hängt hier ja noch, ne? Ja, irgendwo ist der da, ne? Also noch kannst du die Spieleliste gewinnen. Was ist der Scheißpunkt? Noch kannst du die gewinnen. Fuck, ey. Er macht eigentlich schon alles richtig, aber... Oh nein. Noch kannst du echt gewinnen. Der Typ macht alles richtig. Naja. Kann auch. Also so habe ich das auch gemacht. Warum? Du kannst natürlich auch den zu Fußpart nehmen. Oh, ich falle. Wenn er hier hochspringen würde. Jaja, Freunde. Wer ist schneller? Wer ist schneller? Hä, wo lang? Ach da. Ja, ich glaube, er hat's, oder? Er ist auf jeden Fall woanders gespawnt. Ne, ich glaube nicht. Aber dieser weiter als ich. Er ist auf jeden Fall nicht da gespawnt, wo ich spawnen würde, glaube ich. Doch, doch. Er ist bei dir. Er war gerade auch drittend. So, Elektro. Und da bin ich dann mal irgendwie so runtergefallen. Bist du auch runtergefallen? Ich bin so gefetzt. Okay, cheaten. Okay, cheaten. Du weißt aber, nur ein Illa überfährt ihn. Boah, das sieht doch hier nach einer guten Lücke aus. Ich glaube, du nimmst die falsch. Wie war er da durch? Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe den immer so schräg genommen. Gott, wer schafft zuerst? Ich gucke mal hier wozu. Na, jetzt sucht er ja schon wieder neue Wege. Ja, warum nicht? Der Schlawine. Hier einfach Kartoffeltaktik oder so? Nee. Nee, nee. Oh, er hat's. Da muss er Gas geben. Ja, das schräg ich eh nicht. Doch, kannst du noch schaffen. Er muss noch ein bisschen was machen. Oh, er hat's noch. Er hat's doch gar nicht. Also, der ist so hoch geflogen. Ach, du hast den so schräg, ne? Also, schräg ist, glaube ich, einfacher. Ey, der fliegt mega. Genauso genommen. Ja, er hat's. Ich hab's. Du hast es auch, Leute. Respond schnell. Du musst runter. Du musst ganz runter. Ja, ich. In den Schacht. Ach, in den Schacht. Ja, ja. Ja, wir respond nicht. Du hast noch eine Chance. Da liegen noch Annäherungsminen. Also, nicht da unten. Und jetzt musst du direkt absteigen auf die Treppe. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ja, ja, ja. Er steht nicht auf. Schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller, schneller. Jetzt musst du da noch rauslegen. Geh am besten da hinten, wo er auch geht. Ja, verfolg ihn einfach. Da wo er auch geht? Nein, verfolg ihn. Nicht schießen. Nicht schießen. Er schießt sonst zurück. Er ist zu spät. Da hinten runter. Hast du ihn getötet? Und dann links auf die Straße drängt. Er hat einfach stehen. Ich glaube, er ist sauer. Nee, er läuft wieder. Er läuft wieder. Er wollte dich da durch abknallen. Hat das aber nicht geschafft. Da kannst du einfach hochlaufen. Das ist relativ easy. Ach, hier hochlaufen. Naja, ich bin da auch hoch. Nee, er kommt. Er kommt. No. Du laufst bestimmt scheiße, Mann. Nee, ich bin da auch hoch. Kein Spaß. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Du bist ein dreckiger. Hat er geschrieben, oder was? Jetzt wie Spawn. Schnell, schnell, schnell. Er ist direkt hinter dir. Er ist direkt hinter dir. Er ist direkt hinter dir. Er schießt nochmal. Piro muss halt immer einen drauf sitzen, meine Freunde. Ja, hallo. Ach, hier liegt der. Jetzt bist du gleich im Ziehen. Alter, da liegt doch nix. Ich kann ja auch noch was legen. Er weicht raus. Okay, ich kann auch noch was legen. Ja, meine Freunde. Ja, das war's mit der Level Asian Map für heute. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nix verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei Jiro vorbei. Bis dann noch ein. Wo willst du nicht tschau sagen?